Geht los. Geht los. Wie viel haben wir denn jetzt da? War noch nicht so viel. Ja, ihr könnt ja noch mal eine Runde Wiener Walzer drehen, solange kann ich da mal zugucken. Ohne die Tüche umzureißen. Wer hat den Herr getanzt überhaupt? Wer den Herren getanzt hat? Du, Hedda? Ja? Aha. Okay. Im Prinzip ist es ja egal, es sind ja die gleichen Schritte. Nur einer führt. So, gleich kann es losgehen. Wir werden ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wir warten noch ein bisschen. Übst du schon, Sabine? Bist du am Hampeln? Ob du schon übst? Nee, nein, nein, lieber nicht. Gut. So, ich kann ja schon mal ein bisschen erzählen, bevor wir loslegen. Nächster Tanz, den wir machen, ist I want to dance. Der ist relativ frisch von David Willilas. Ihr wisst schon, wen ich meine, ne? Den David eben. Den Spanier, der nur Spanisch spricht. Und der hat 64 Counts, zwei Wände, keine Brücken, kein Restart. Gehen wir aus dem Bild, Wolfgang. So sehe ich nichts. Und, ähm, Moment, wartet, Musik ist von dem, hab ich doch gerade noch, genau, Granger Smiths, genau. Ich habe, weil er so frisch war, die Musik ist eigentlich relativ alt. Soweit ich gesehen habe, ist die Musik von 96. Hatte versucht, mir den Titel runterzuladen, hab den allerdings nur in Live gefunden. Und hab gedacht, das geht. Und als ich das heute mal zu dem Titel durchtanzen wollte und er mit seinem Gitarren-Solo ankam, hab ich mir gedacht, nee, das passt jetzt nicht so wirklich. Aber wir haben Musik. Lucian hat da mal geschaut und der hat mir die Musik da jetzt zur Verfügung gestellt. Und dann geht das. Zumal die Live-Version ja auch ein bisschen schneller gewesen wäre. Das wäre auch nicht so gut. So, das, was wir jetzt haben, ist eigentlich ein schönes Tempo. So, sollen wir loslegen? Dann die Daumen hoch. Sehr schön. Gut, alles klar. Dann fangen wir an. Die ersten acht Schritte. Rechter Fuß geht los. Wir machen ein Diagonal-Step, links-Scaff und das Ganze mit links. Diagonal-Step, ein-Scaff. Und jetzt, das war eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt fünf, sechs. Das ist eine Runde, die wir mit rechts machen. Fünf, sechs, sieben, acht. Ist zweimal nach vorne gekickt. Ja? Noch einmal. Mit rechts. Ein Step, scuff. Step, scuff. Round und kick, kick. Ö, okay. Aha. Sehr schön. Also, ich hatte Probleme, in diesen Öl reinzukommen. Ich wollte da mal was anderes machen. Wir machen mal gezählt. Die ersten acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ne? Die nächsten acht. Daumen, Daumen, Daumen. Okay. Dann die nächsten acht. Rechter Fuß ist frei. Es kommt zweimal ein Toe-Turn, halbe Drehung. Wer den Toe-Turn nicht machen möchte, macht einfach nur Toe, Start, Toe, Start nach hinten. Ansonsten haben wir Toe, Halb, Toe, Halb. Ja? Klar, ne? Eigentlich logisch. Rechter Fuß ist dann wieder frei. Und wir machen Backrock, Stomp, Stomp. Backrock, Stomp, Ab, Stomp. Okay? Ja. So. Nochmal die letzten acht. Rechter Fuß war frei. Toe-Turn, Toe-Turn. Zwei, drei, vier. Toe, Halb, Toe, Halb. Backrock, Stomp, Ab, Stomp. Super. Okay. Dann die 16. Mit Step, Scaff angefangen. Rechter Fuß. Zwei, drei, vier. Step, Scaff, Step, Scaff, Round und Kick, Kick. Toe, Halb, Toe, Halb. Backrock, Stomp, Ab, Stomp. Gut. Dann einmal gezählt. Und dann machen wir die nächsten. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Melli? Was ist denn los, Melli? Wie können wir dir denn helfen? Das weißt du nicht? Ja, dann weiß ich es auch nicht. Soll ich nochmal machen? Okay. Zwei, drei, vier. Step, Scaff, Step, Scaff, Round und Kick, Kick. Toe, Halb, Toe, Halb. Backrock, Stomp, Ab, Stomp. Was sagt jetzt die Melli? Aha, okay, gut. Also der erste Stomp, Ab war ja daneben, dann den Stomp etwas zur Seite. Jetzt machen wir Swivel nach rechts, wieder zurück und dann machen wir noch einen Swivel, allerdings mit einer Vierteldrehung links und einen Hook mit links. Also eins, zwei, drei, vier ist Punkt. Bin ich blöd? Ja. Bin ich nicht, natürlich. Ein, nee, das sind ja Twists. Was mache ich denn jetzt? Ich muss das mal ein Backrock, Stomp, Stomp. Doch. Eins, zwei, drei, vier. So. Ja. Nochmal. Stomp, Ab, Stomp. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Daumen, Daumen. Okay. Dann sind wir so angekommen, linker Fuß ist im Hook und wir machen einen Step Lock nach vorne. Step Lock, Step Scuff. Gut, dann haben wir die acht auch. Noch einmal mit den Swivel. Zwo, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Moment. So. Von vorne. Ja. Mit Step Scuff, rechter Fuß. Und Step Scuff, Step Scuff, Round und Kick, Kick. Kick, Toe, halb, Toe, halb, Back, Rock, Stomp, Stomp. Eins, zwei, drei, vier. Step Lock, Step. Gut. Nochmal. Einmal noch. Von vorn. Gezählt. Komplett. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Rechts ist frei. Nächsten acht. Ja. Ja. Okay. Dann die nächsten acht. Rechter Fuß. Mach ich einmal vor. Wir haben einen Rock, Step Back. Rock, Step Back. Halb Rock. Halb Rock. Rock, Viertel, Scaff. Ja. Jetzt einmal zusammen. Rechter Fuß. Rock, Step nach vorne. Und Back. Halb Rock. Halb Rock. Mit links, Viertel zur Seite. Rechts Scaff. Einmal gezählt. Mit rechts. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Sehr schön. Dann noch einmal. Wir machen mal ab Stomp Stomp. Also eins, zwei, drei, vier. Step Lock. Okay. Mit dem Twist angefangen. Zwo, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Rock, Step Back. Hold Halb Rock. Viertel Scaff. Gut. Sehr schön. Dann von vorne, oder? Ja. Gut. Mit Step Scaff. Rechter Fuß. Und Step Scaff. Step Scaff. Round. Und Kick. Kick. Toe Halb. Toe Halb. Back. Rock. Stomp Stomp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Rock. Step Back. Und Rock. Halb Viertel Scaff. Gut. Sollen wir nochmal gezählt? Gut. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay. Ja. 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 Gut. Wo waren wir? Hier. Scaff. Rechter Fuß ist frei. Wir machen jetzt ein, wo du willst. Wo du willst. Also Cross. Back. Heel. Flick. Side. Flick. Side. Hook. Huck. Okay. Nochmal mit rechts. Und Cross. Back. Heel. Flick. Side. Flick. Side. Hook. Das waren die nächsten Achte. Ja. Gut. Dann machen wir, hängen wir die mal dran an den Rock Step Back und Halb Rock Viertel Scaff in den Bode will. Ja. Mit rechts. 2, 3, 4, Rock Step Back Hold Halb Rock Viertel Scaff Cross Back Heel Flick Side Flick Side Hook. Okay. Das einmal gezählt und dann von vorne dran gegangen. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Ja. Sehr schön. Dann von vorn. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Round und Kick, Kick. Kick, Toe, Toe und Back Rock, Stomp, Stomp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Gut. Ich glaube, ein bisschen schneller war der, oder? Sag mal da im grauen Mantel. Leg mal. Oder mach so. Ich sehe, du bist so weit weg. Du bist nur so klein. Ich sehe das nicht. Okay. Ich mache einfach mal schneller. Kann ja nie schaden. So. Von vorne bis dahin. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Round und Kick, Kick. Toe, Toe und Back Rock, Stomp, Stomp. Zbibbel, Hook, Step, Lock, Step. Rock, Step. Back und Rock, Halb, Viertel. Es gab dann Cross, Side, Heel, Flick, Side, Flick, Side, Hook. Sehr schön. Gut. Ja. Den machen wir weiter, oder? Ja. Das heißt, rechter Fuß war im Hook. Wir machen jetzt ein Side, Behind, Viertel. Side, Behind, Viertel. Viertel, Pivot, Turn, Strat. Und rechts ist wieder frei und wir stehen wieder 12 Uhr. Okay. Wir waren im Hook, Side, Behind, Viertel. Und Side, Behind, Viertel, Pivot, Turn, Viertel, Strat. Gut. Einmal geseelt mit rechts aus dem Hook. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Gut. Dann. Was hat man denn davor? Ach ja. Wo der will. Wir machen mal mit rechts. Wo der will. Side, Flick, Side, Hook. Und dann die letzten 8, die wir gemacht haben. Mit rechts gestartet. Und Cross, Back, Heel, Flick. Side, Flick. Side, Hook. Side, Behind. Ein Viertel, Pivot, Halb, Viertel, Strat. Gut. Okay. Sollen wir. Was? Meint die Melli? Guck mal. Du hast eine Tastatur von dir. Kannst du das in den Chat schreiben? Nee. Willst du nicht? Nein. Willst du nicht? Okay. Gut. Ich mache einfach nochmal. Ja? Ja. Gut. Von vorne oder nur die... Von vorne. Ja? Nein? Noch? Ja. Gut. Von vorne. Langsam. Für Melli. 2, 3, 4. Step, scuff, step, scuff. Round, kick, kick. Toe, halb, toe, halb. Back, rock, stomp, stomp. Swivel und Hook. Step, lock, step, rock, step, back und halb, rock, scuff, cross, side, heel, flick, side, flick, side, hook, side, behind, Viertel, Pivot, halb, Viertel, Strat. Ha, na siehst du, der geht doch. So. Viertel, Strat war man jetzt gewesen, ne? Ja. Rechter Fuß ist frei. Wir machen die nächsten Achte oder wollen wir nochmal? 1, 2, 3, 8. Die nächsten Acht. 1, 2, 3, 4, 5. Eine ganze Hand und drei Finger sind Acht, ja. Ich hoffe, das habe ich richtig verstanden. Rechter Fuß ist frei. Back, rock, side, hold und back, rock, halb, hold. Also, back, rock, side, back, rock, halb. Und wir stehen 6 Uhr. Nochmal. Rechter Fuß war frei und back, rock, side, back, rock, halb. Einmal gezählt. Rechts ist frei. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Acht. Okay. Sabine. Ah, sehr schön, ja. Gut. Von vorne einmal. Ja, okay. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Round. Kick, kick. Toe, toe. Und back, rock, stomp, stomp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Acht. Rock, step, back. Und halb, rock, viertel, scuff. Cross, side, heel, flick, side, flick, side, hook. Side, behind, viertel, pivot, halb, viertel, stratt. Dann back, rock, side. Und back, rock, halb. Sabine? Okay. Dann machen wir noch einmal. Ich glaube, es fehlen nur noch 8. Ja, es fehlen nur noch 8. Wir machen noch einmal bis dahin, gezählt. Und dann machen wir die letzten 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut oder lieber nochmal? Mann, oh Mann, ihr seid ja richtig gut. Okay, dann machen wir die letzten Achte. Wir sind so angekommen, rechter Fuß ist wieder frei. Guckt einmal erst, dann mache ich das einmal vor. Und zwar haben wir einen Backrock. Wir machen eine halbe Drehung und noch eine Vierteldrehung mit einem Hook mit links. Und Step, Lock, Step, Scaff und sind dann fertig und gehen mit Step, Scaff, Step, Scaff wieder von vorne los. Wir können das mal in die Richtung machen. Warte mal, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ja, wir machen das mal in die Richtung, damit ihr das besser sehen könnt. Rechter Fuß ist frei, Backrock. Backrock, Halbviertel Hook, Step, Lock, Step, Scaff. Ja, nochmal. Gut, dann rechter Fuß nochmal, Backrock. Und Backrock, Halbviertel Hook und Step, Lock, Step. Bin ich richtig? Ja, ne? Das ist ja mehr wie ein Halb, ne? Das sind drei Viertel. Ich komme ja wieder vorne an. Ich muss das mal in die Richtung machen, wo ich es eigentlich tanze. Aber das bleibt dasselbe. Da haben wir gestartet. Backrock, Step, Lock, Step. Aber das ist ja eine ganze Drehung. So ist es auch richtig. Kann aber sein, dass die Tanzbeschreibung, die ich eingestellt habe, da vielleicht noch einen kleinen Fehler drin hat. Aber da müssen wir sehen. Aber so ist es richtig. Wir sind dann halt, wartet, 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 wartet. Moment, wo ist es? Ich habe meine, ich habe einen kleinen Blick. Meinst du, das könnte ich lesen? Ne, das kann ich nicht lesen. Ich nehme lieber hier meins. Guck mal. Das kann ich besser lesen. Ah, ja, natürlich. Dann stimmt das doch. So ähnlich haben wir das ja gemacht. Okay, dann sieht es aber besprochen so aus. Damit ihr es nochmal sehen könnt. Wir haben Backrock, Halb, Viertelhook und nochmal ein Viertelstep, Lockstep. So. Also es bleibt bei der ganzen Drehung. Ist klar, ne? Nein? Belly? Habe ich dich ver... Ja, gut. So. Wir machen mal ab dem Backrock, Side und Backrock, Halb. Also die letzten 16 Counts. Rechter Fuß ist frei. Und Backrock, Side und Backrock, Halb. Backrock, Halbviertel. Huck, Viertel, Step, Lock, Step. Ja. Lässt sich jetzt nicht so in Silben fassen, dass das auf die Taktschläge passt. Aber wir machen es nochmal gezählt. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das okay? Meinst du? Melli weint. So, das machen wir also nochmal. Gut. Wir können ja mal in die Richtung machen. Stellt euch mal so hin. Wir machen die letzten 16 Counts mit Backrock, Side, Backrock. Dann seht ihr mich besser. 2, 3, 4, Backrock, Side und Backrock, Halb. Backrock, Halb, Huck, Viertel, Step, Lock, Scrap. Ja? Ich kann es ja nochmal langsam zeigen, damit ihr wisst, was da passiert. Die letzten 8 Counts. Backrock ist 1, 2. Auf 3 mache ich die halbe Drehung. Auf 4 mache ich noch eine Vierteldrehung mit dem Huck. Und dann gehe ich in den Steplock mit dem ersten Schritt wieder in eine Vierteldrehung. 5, 6, 7, 8. Ja? Gut. So. Wir machen noch einmal Abbackrock. Die letzten 16 und dann machen wir das ganze Ding von vorn. Okay? 2, 3, 4. Backrock, Side. Backrock, Halb. Backrock, Halb, Huck, Step, Lock. Lock, Step. Okay? Ganz von vorne? Daumen, 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 Daumen. Jawohl. Okay. Dann machen wir. Von vorn. Rechter Fuß. 2, 3, 4. Step, Scrap. Step, Scrap. Round und Kick, Kick. Toe, Halb, Toe, Halb, Backrock. Rock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Rock, Step, Back. Und Halbrock, Viertel, Scrap. Cross, Side, Heel, Flick, Side. Flick, Side, Hook. Side, Behind, Viertel. Und Pivot, Halb, Viertel. Start, Backrock, Side. Und Backrock, Halb, Backrock, Halb, Hook, Step, Lock, Step. Step, Scrap, Step. Gut? War das Tempo okay oder zu schnell? Nee, jetzt nochmal so die Frage. War gut das Tempo, ja? Ja, der Daumen war gut. Okay. Dann zweite Wand. 5, 6, 7, 8. Step, Scrap, Step, Scrap. Round und Kick, Kick. Toe, Toe und Backrock. Stump, Stump, Spivel, Hook. Step, Lock, Step. Und Rock, Step. Back, Halbrock, Viertel, Scrap. Cross, Side, Heel, Flick. Side, Flick. Side, Hook, Side, Behind, Viertel. Pivot, Halb, Viertel, Strat. Jetzt Backrock, Side. Und Backrock, Halb, Backrock, Halb, Hook, Step, Lock, Step, Scrap, Step, Scrap, Step, Scrap. Round und Kick, Kick. Gut? Nein. So? Oh Gott. Dann langsamer nochmal, die zweite. Gut. Zweite nochmal langsamer. Zwei, zwei, drei, vier, Step, Scrap, Step, Scrap, Round und Kick, Kick. Toe, Halb, Toe, Halb, Backrock, Stump, Stump, Swivel, Hook, Step, Lock, Step. Jetzt Rock, Step, Back, Halbrock, Viertel, Scrap. Wo du willst, Heel, Flick, Side, Flick, Side, Hook, dann Side, Behind, Viertel, Pivot, Viertel, Strat. Jetzt Backrock, Side, Backrock, Halb, Backrock, Halb, Hook, Step, Lock, Step. Boah, ja, sehr, naja, Melli sagt, ist gut, da ist noch so, gut, dann machen wir nochmal, so. Ja, dann machen wir nochmal zweite und versuchen mal von der zweiten Wand die dritte mit reinzunehmen. Bisschen wie die erste. Zwei, drei, vier, Step, Scrap, Step, Scrap, Round und Kick, Kick. Toe, Halb, Toe, Halb, Backrock, Stump, Stump, Swivel und Hook, Step, Lock, Step, Rock, Step, Back, und Halbrock, Viertel, Scrap, Cross, Side, Heel, Flick, Side, Flick, Side, Hook, Side, Behind, Viertel, Pivot, Halb, Viertel, Strat. Dann Backrock, Side, Backrock, Halb, Backrock, Halb, Hook, Step, Lock von vorn und Step, Scrap, Scrap, Round und Kick, Kick, Toe, Toe und Backrock, Stump, Stump, Swivel, Hook, Step, Lock, Step, Rock, Step, Back und Halbrock, Viertel, Scrap, Cross, Side, Heel, Flick, Side, Flick, Side, Hook, Side, Behind, Viertel, Pivot, Halb, Viertel, Strat, Backrock, Backrock, Halb, Backrock, Halb, Hook, Step, Lock, Step. Wie war es? Gut? Sehr schön. Ah, Sabine hat einen Daumen hoch mit einem schüttelnden Kopf, aber vielleicht hat sie nur Zucker, man weiß es nicht. So, zwei Wände nochmal, erste und zweite, würde ich sagen. Ich gucke mal, dass wir so Original-Tempo machen, ja. Zwei, drei, vier, Step, Scrap, Step, Scrap, Round und Kick, Kick, Toe, Toe, Backrock, Stump, Stump, Swivel und Hook, Step, Lock, Step und Rock, Step, Back und Halbrock, Viertel, Scrap, Cross, Side, Heel, Flick, Side, Flick, Side, Hook, Behind, Viertel und Pivot, Viertel, Strat, Backrock, Side und Backrock, Halb, Backrock, Halb, Hook, Step, Lock, von vorn und Step, Scrap, Step, Scrap, Round und Kick, Kick, Toe, Toe und Backrock, Stump, Stump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Rock, Step, Back, Halbrock, Viertel, Scrap, Cross, Side, Heel, Flick, Side, Flick, Side, Hook, Side, Behind, Viertel, Pivot, Halb, Viertel, Strat, Backrock, Side und Backrock, Halb, Backrock, Halb, Hook, Step, Lock, Step. Wie war es? Heißt Musik. Okay, wir machen mal mit Musik. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles mit der Musik. Ansonsten egal, wir tanzen dann einfach weiter. Also das sind so ein paar Punkte, da habe ich mir überlegt, könnte eigentlich ein Restart sein. Ignoriert das. Wir haben keine Brücken, keine Restart. Das ist, glaube ich, direkt schon in der zweiten Wand, aber wir tanzen einfach durch. Ja. Und step, 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 round und kick, kick, Toe, Toe, Backrock, Swivel, Pump, Step, Dark, Step, Rock, Step, Back, Rock, Step, Back, Rock, Halb, Viertel, Scrap, Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020